Wenn man sich richtig tief in eine Meditation hineinsinken lässt, kann man seine Gehirnwellen gezielt verlangsamen. Beim Meditieren ist es möglich, den rationalen Verstand abzuschalten und so den Körper in eine Art Ruhezustand zu führen. Der Körper schläft quasi, aber der Geist ist während der Meditation ganz wach und bewusst. In diesem Zustand ist man ganz losgelöst von Zeit und Raum. Man vergisst, dass die Außenwelt existiert. Man vergisst, wer man ist. Man vergisst seinen Körper, seine Probleme und seine Vergangenheit. In der Meditation ist man für eine kurze Weile ein zeitloser Niemand ohne Körper im Nirgendwo. Laut Joe Dispenza ist man in diesem Zustand ein Bewusstsein ohne Körper im Quantenfeld. Und wenn man sein Leben aus dem Quantenfeld heraus beeinflussen will, dann braucht man nur drei Dinge. Man braucht Herz- und Gehirnkohärenz. Das heisst, man muss sein Herz und sein Gehirn ganz in Einklang bringen. In einen kohärenten, heilsamen, harmonischen Zustand bringen. Und dann muss man natürlich wissen, wie man sein Leben verändern will. Man muss wissen, wo man hin will und wer man in dieser idealen Zukunft sein will. Und das dritte ist, man muss sich gut fühlen. Man muss schon heute die Gefühle seiner idealen Zukunft fühlen, auch wenn sie noch nicht eingetreten ist. Und wenn man diese drei Dinge beim Meditieren zusammenbringt, dann sendet man konkrete Signale ins Quantenfeld. Und vielleicht gibt es im Feld eine Übereinstimmung zwischen diesen Signalen und einer potenziellen Zukunft, die im Quantenfeld schon existiert. Und falls es so eine Übereinstimmung gibt, dann kann alles auf einmal ganz schnell gehen. Dann kann es passieren, dass man einen Quantensprung macht. Dann wird diese Absicht, dieses Bild von der idealen Zukunft auf einmal Realität. Und so kann man seine ideale Zukunft zu sich ziehen. Diese Meditation führt dich durch diesen Prozess und kann dir dabei helfen, deine ideale Zukunft Realität werden zu lassen. Jetzt such dir eine bequeme Position, gerne auf dem Bett oder auf dem Sofa. Sitz am besten aufrecht. Und wenn du soweit bist, dann schliess deine Augen. Jetzt atme ein paar Mal tief durch. Entspann dich. Und spüre, wie dein Körper langsam zur Ruhe kommt. Spüre, wie du hier sitzt. Spüre die Fläche, auf der du sitzt, unter dir. Spüre die Kleidung auf deiner Haut. Du spürst, wie dein Körper sich immer mehr entspannt. Wie alle Muskeln ihre Anspannung langsam lösen. Jetzt lass deine Augen geschlossen, aber richte deinen Blick ein wenig nach oben. So als würdest du an die Decke schauen. Das hilft dir, dich zu konzentrieren. Und in dieser Zukunft, was hat sich da in deinem Leben geändert. Wer bist du in dieser idealen Zukunft? Dann stell dir jetzt vor, du stehst oben an einer Treppe. Das ist die Treppe, die dich in einen vollkommen entspannten Zustand führen wird. Ganz unten siehst du ein helles Licht. Wenn du unten angekommen bist, wirst du dich ganz geborgen, ganz gelöst und ganz entspannt fühlen. Ich zähle jetzt von 1 bis 5 und du gehst langsam eine Stufe nach der anderen hinunter. Los geht's. 1. Du merkst, wie all deine Muskeln sich langsam entspannen. 2. Du fühlst dich ganz zufrieden und ganz gelöst. 3. Dein Körper sinkt in eine tiefe Entspannung. 4. Lass dich ganz hineinsinken in diese wohlige Entspannung. 5. Jetzt bist du unten angekommen. 5. Um dich herum ist nichts als ein angenehmes, warmes, helles Licht. Du fühlst dich fast wie schwerelos. 6. Ganz leicht. 6. Du spürst eine tiefe Zufriedenheit, eine tiefe Zuversicht. 7. Du genießt dieses angenehme Gefühl der Entspannung. 7. Du bist wie schwerelos und schwebst in diesem endlosen, hellen Raum. 8. Ganz entspannt. 9. Ganz losgelöst. Und hier bleibst du jetzt einfach eine Weile. 10. 10. 10. 15. So, dass dein Gehirn in einen vollkommen entspannten Zustand sinken kann. 10. 10. Hör einfach die Musik und lass dich ganz hineinsinken in diese wohlige Entspannung. Hier bist du in Sicherheit. Jetzt spür den endlosen, hellen Raum, der vor dir liegt. Spür die endlose Weite. Jetzt spür den endlosen, hellen Raum, der hinter dir liegt. Spür die endlose Weite. Und jetzt spür den endlosen, hellen Raum, der links und rechts von dir liegt. Spür die endlose Weite. Und jetzt spür den endlosen, hellen Raum, der über dir und unter dir ist. Spür die endlose Weite. Du bist vollkommen entspannt. Jetzt leg deine gesamte Aufmerksamkeit auf den Raum innerhalb deines Brustkorbs. In diesem endlosen, hellen Raum. Und jetzt spür den Raum um deinen Brustkorb herum. In diesem endlosen, hellen Raum. Und jetzt spür dein Herz in deinem Brustkorb. In diesem endlosen, hellen Raum. Und jetzt spür deine Schultern und den Raum, den deine Schultern einnehmen. In diesem endlosen, hellen Raum. Und jetzt spür den Raum um deine Schultern herum. In diesem endlosen, hellen Raum. Jetzt leg deine gesamte Aufmerksamkeit auf deinen Hals und den Raum, den dein Hals einnimmt. In diesem endlosen, hellen Raum. Und jetzt spür den Raum um deinen Hals herum. Und jetzt spür den Raum um deinen Hals herum. In diesem endlosen, hellen Raum. Spür die Energie, die dein Hals hineinstrahlt in diesen endlosen, hellen Raum. Und jetzt spür deinen Hinterkopf und den Raum, den er einnimmt, in diesem endlosen, hellen Raum. Und jetzt spür den Raum um deinen Hinterkopf herum. In diesem endlosen, hellen Raum. Spür die Energie, die dein Hinterkopf hineinstrahlt in diesen endlosen, hellen Raum. Und jetzt spür dein Gehirn in deinem Kopf und den Raum, den es einnimmt, in diesem endlosen, hellen Raum. Und jetzt spür den Raum um dein Gehirn herum. Und jetzt spür den Raum um dein Gehirn herum. In diesem endlosen, hellen Raum. Spür die Energie, die dein Gehirn hineinstrahlt in diesen endlosen, hellen Raum. Du bist jetzt ganz klar, ganz bewusst. Du bist wie schwerelos und schwebst in diesem endlosen, hellen Raum. Ganz gelöst, ganz entspannt. Du bist vollkommen losgelöst von Zeit und Raum. Hier bist du reines Bewusstsein. Und du wirst eins mit diesem endlosen, hellen Raum. Du gehst ganz auf in diese angenehmen Energie. Du bist überall und nirgendwo. Nicht hier und nicht dort. Ein namenloses Bewusstsein. Jenseits von Zeit und Raum. Reines Bewusstsein im Quantenfeld der unendlichen Möglichkeiten. Das Feld, das Unbekannte. Dort werden alle Chancen und Möglichkeiten geboren. Hör auf, alles kontrollieren zu wollen und lass dich ein auf das Unbekannte. Je länger du es schaffst, hier zu verweilen, je länger dein Bewusstsein mit dem Feld verbunden ist, desto mehr neue Chancen und Möglichkeiten kannst du in dein Leben ziehen. Hier kannst du mit einer Vorstellung, mit einer Idee von deiner idealen Zukunft dein Leben total verändern. Werde eins mit dem Feld und erschaffe dir das Leben deiner Träume. Dein Geist ist ganz klar, ganz bewusst. Dein Geist ist ganz klar, ganz bewusst. Wie sieht diese ideale Zukunft aus, auf die du dich ausrichten willst? Welche mögliche Zukunft existiert bereits für dich im Quantenfeld? Jetzt ist es an der Zeit, dich auf diese ideale Zukunft einzustimmen. Deine Energie, die Energiesignatur, die du aussendest, deine Stimmung, deine Ausstrahlung sollten schon heute zu dieser idealen Zukunft passen. Sende dieses neue Signal, diese neue Energiesignatur, diese neue Version von dir an das Feld. Alles, was du brauchst, ist eine konkrete Vorstellung, wie deine ideale Zukunft aussieht. Welche Dinge sind dort anders? Was hat sich dort geändert? Jetzt versuch dich so zu fühlen, als wäre diese wundervolle Zukunft schon eingetreten. Weil mit dieser positiven Stimmung, mit dieser Energie kannst du Einfluss nehmen auf die dreidimensionale Welt. Jetzt fühl dich hinein in deine ideale Zukunft. Wenn alles, was du dir wünschst, schon Realität geworden ist. Wenn all deine Wünsche wahr geworden sind. Wie fühlt sich das an? Wie fühlst du dich dann? Jetzt öffne dein Herz. Lass deinen Gefühlen freien Lauf und lass deinen Körper spüren, wie sich diese neue Realität anfühlt. Deine Gefühle sind deine Message, deine Anfrage an das Universum. Wie fühlt sich deine ideale Zukunft an? Dein Körper wird von diesen Gefühlen erfasst wie von einer Welle. Lass dich ganz hinein sinken in diese Gefühle. Saug diese Gefühle auf mit jeder Zelle deines Körpers und sende damit dein Signal, deine Message an das Feld. Je länger du in dieser Stimmung, in diesem Gefühl bleiben kannst, desto stärker wird die Kraft, die diese ideale Zukunft in dein Leben zieht. Zeig deinem Körper, wie sich dieses neue Leben, diese neue Version von dir anfühlt. Stell dir vor, du hast es endlich geschafft. Wie fühlt es sich an, wenn du alles erreicht hast, was du dir immer gewünscht hast? Und jetzt, wo du weißt, wie sich dieses Leben anfühlt, fang schon heute an, dieses Leben zu leben. Welche Entscheidungen trifft diese neue Version von dir? Wie verhält sich dein neues Ich im Alltag? Fang schon heute an, dieses neue Leben zu leben. Nimm dieses Gefühl, diese neue, positive Stimmung mit in deinen Alltag. Wie gibst du dich jetzt? Wie gibst du dich jetzt? Wie gehst du durchs Leben? Saug dieses neue Gefühl in dich auf und leb diese ideale Zukunft schon heute, zumindest innerlich. Vergiss nicht, du investierst deine Energie immer dorthin, wo deine Aufmerksamkeit liegt. Konzentrier dich auf deine ideale Zukunft. Investier deine Aufmerksamkeit, deine Energie in die Dinge, die dich weiterbringen. Konzentrier dich auf die Chancen und Möglichkeiten. Und so wird aus Energie Materie. So erschaffst du aus einer potenziellen Zukunft deine Realität. Und jetzt musst du loslassen. Vertrau dem Universum und lass es einfach geschehen. Das Universum weiß jetzt, was du möchtest und es wird dir den Weg freimachen. Halte die Augen offen nach neuen Chancen und Möglichkeiten. Halte die Augen offen nach Zeichen und seltsamen Zufällen. Lass dich von deiner Intuition führen und hab Geduld. Alles passiert zu seiner Zeit. Alles wird sich so fügen, wie es am besten für dich ist. Und sei offen für Neues, weil es wird wahrscheinlich nicht so passieren, wie du denkst. Das Universum wird den Weg freimachen für deine ideale Zukunft. Aber es wird seinen eigenen Weg finden. Alles, was du hier ganz intensiv fühlst, kann sich in deiner Realität manifestieren. Jetzt lass los. Lass dein Bewusstsein treiben. Jetzt lass los. Lass dein Bewusstsein treiben. Mit der neuen Chancen und Möglichkeiten. Lass dich treiben. Hier, jenseits von Zeit und Raum. Du bist ganz gelöst. Ganz entspannt. Und frei. Ganz bewusst. Ganz bewusst. Ganz musst du zuletzt. Zeruen. Ganz bewusst. Zeruen. Ganz bewusst. Was wäre möglich? Welche ideale Zukunft existiert für dich bereits im Quantenfeld? Jetzt ist es an der Zeit, dich innerlich auf diese ideale Zukunft einzustimmen. Jetzt ist es Zeit, jemand anders zu werden, jemand Neues. Jetzt ist es an der Zeit, die Stimmung, die Identität dieser neuen Version von dir anzunehmen. Werde zu dieser neuen Version von dir, zu dieser zufriedenen, glücklichen Version von dir. Werde zu dieser neuen Version von dir, die alles, was sie wollte, schon erreicht hat. Und damit sendest du ein ganz neues Signal. Eine ganz neue elektromagnetische Signatur in dieses Feld der Chancen und Möglichkeiten. Und dieses Signal ist deine Chance, dein Ticket für diese ideale Zukunft. Jetzt fühl deine ideale Zukunft. Wie fühlt es sich an, wenn du in dieser Zukunft lebst? Stell dir vor, du hast es geschafft. Stell dir vor, es ist alles so eingetreten, wie du es haben wolltest. Stell dir diese Zukunft vor, wo bist du und was machst du dort? Lass deinen Körper spüren, wie sich dieses Leben anfühlt. Lass deinen Körper spüren, wie sich dieses Leben anfühlt. Du bist zufrieden, wie sich dieses Leben anfühlt. Du bist zufrieden, wie sich dieses Leben anfühlt. Du bist ganz ausgeglichen und endlich frei. Lass dich ganz hinein sinken in dieses neue Leben. Lass dich ganz hinein sinken in dieses neue Leben. Und wenn du als ob du, wie du diese Stimmung aufrecht erhalten kannst, desto größer ist die Chance, dass du diesen Quantensprung tatsächlich machst. In dieser intensiven, positiven Stimmung kannst Du Deine ideale Zukunft schon heute leben. Was willst Du in dieser Zukunft tun? Was für Entscheidungen wirst Du treffen? Welche Erfahrungen wirst Du machen? Lebe für Deine Zukunft. Investiere in Deine Zukunft. Wenn Dein Geist schon heute in dieser idealen Zukunft lebt, dann wird Dein Körper ihm dorthin folgen. Stell Dir dieses neue Leben vor. Du kannst Dein neues Leben in Gedankenprobe fahren und dabei erleben, wie es sich anfühlt. Mit einer neuen inneren Einstellung kannst Du Dein ganzes Leben verändern. Und jetzt musst Du das Bild, die Idee von Deiner idealen Zukunft dem Feld überlassen. Dein Signal, Deine Message muss jetzt empfangen und verarbeitet werden. Und das Universum wird einen Weg finden, diese Idee auf Dein Leben anzuwenden. Du kannst Dein Leben anzuwenden. Du kannst das nicht kontrollieren. Du weißt nicht wann oder wie es geschehen wird. Du weißt nicht wann oder wie es geschehen wird. Die Version von Dir, die Du heute erlebt und gefühlt hast, wird zu Deiner Realität werden. Das ist das Gesetz der Anziehung. Und jetzt nimm Deine linke Hand und leg sie auf Dein Herz. Und leg die rechte Hand auf Deine linke. Spür Deinen Körper. Spür Deinen Körper. Lass Deinen Körper, Deine neue Stimmung, Deine neue innere Einstellung spüren, damit er diese Energie speichern kann. Dein Körper ist ein Spiegel Deiner Gedanken. Und Dein Körper wird Dich in diese wundervolle Zukunft tragen. Diese Zukunft voller Wunder und neue Abenteuer. Lass Deine Vergangenheit zu der Weisheit werden, die Dich in diese Zukunft führen wird. Du kannst diese wundervolle Zukunftsvision zum Leben erwecken. Du musst nur die Zeichen erkennen. Die Chancen und Möglichkeiten erkennen und auch wahrnehmen. In Dir steckt so viel Potenzial. Nur Du musst Dir auch erlauben, es zu nutzen und zu entwickeln. Lass es raus. Lass alles raus, was in Dir steckt. Und lass Dich davon mitreißen. Du bist eigentlich ein echter Glückspilz, dass Du Zugang gefunden hast zu dieser neuen Version von Dir. Sei dankbar für all die Chancen und Möglichkeiten, die auf Dich warten. Sei dankbar für diese wundervolle Zukunft, die auf Dich wartet. Weil Du hast ein besseres Leben verdient. Wertschätzung und Dankbarkeit haben eine ganz eigene Energiesignatur. Weil wenn Du aufrichtig dankbar bist für Deine ideale Zukunft, dann hast Du akzeptiert, dass sie schon existiert, dass Du Dich darauf verlassen kannst. Dieses neue Leben existiert bereits für Dich in der Zukunft. Du musst es nur zu Dir holen. Und je stärker Deine Dankbarkeit ist und je länger Du diese Gefühle fühlen kannst, umso mehr ziehst Du diese ideale Zukunft in Deine Realität. Dankbarkeit hat eine besonders starke Energiesignatur und eine extrem starke Anziehungskraft. Dankbarkeit hilft Dir Deine ideale Zukunft noch schneller zu Dir zu ziehen. Und wenn Du jetzt gleich in Deinen Alltag zurückkehrst, dann geh mit der Gewissheit, dass Dein Wunsch registriert wurde. Geh mit der Gewissheit, dass dieses neue Leben für Dich in der Zukunft schon existiert. Jetzt bring Dein Bewusstsein langsam wieder zurück in die Realität. Zurück in eine neue Realität. Zurück in ein neues Leben, in eine neue Zeit. Spür Deinen Körper, streck Dich ein bisschen und wenn Du soweit bist, dann öffne Deine Augen. Falls Dir diese Meditation gefallen hat, dann abonniere unbedingt meinen Kanal, damit Du nichts verpasst. Einfach auf den Abonnieren-Button klicken. Ich veröffentliche hier regelmäßig neue Meditationen, die Dir helfen, Dein Leben besser zu machen. Wiedergabend macht es LAUGHTER Wohnen. Untertitelung des ZDF, 2020